Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchelah und heute bin ich wieder für euch in Battle for Esforzotten der Weeks. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg der Loa aus der Tiefe und für diesen müssen wir die Sturmblockade auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir den Loa aus der Tiefe geangelt haben. Und wie funktioniert das? Wir schicken die Leute erstmal auf die Boote und starten den Kampf und dann klicken wir diesen kleinen Pool an, den ich eben angeklickt habe. Und zwar muss das ein Spieler machen, der quasi nicht auf dem Boden mitkämpft. Wir haben das jetzt hier einfach mal mit drei Tanks gespielt, dass ich euch das zeigen kann, wie das mit dem Achievement funktioniert. Ihr braucht aber keine drei Tanks, also keine Sorge. Wichtig ist dann, dass ihr einen Cast unten kriegt und zwar läuft er 120 Sekunden und der Cast muss auch komplett durchgehen. Und ihr müsst hier verschiedene Movement-Aufgaben erfüllen. Ihr seht schon, ich wurde am Anfang einmal zurückgezogen, da muss man gegenlaufen. Jetzt das zweite Movement, die zweite Movement-Geschichte ist quasi diesen Kreisen auszuweichen, da einfach ein bisschen im Kreis laufen, ist eigentlich auch relativ simpel, kann nicht sonderlich viel passieren. Und das dritte ist dann, es kommen so Wellen, die kicken einen zurück und man muss dementsprechend gegen anlaufen, dass man nicht hier runtergekickt wird und da kommen die Wellen. Das Ganze kommt quasi alles zweimal und ist eigentlich alles nicht sonderlich dramatisch. Bei den Wellen nicht versuchen, links-rechts irgendwie auszuweichen, dann wird man schneller runtergekickt. Einfach sich treffen lassen und gegenlaufen ist die einfachste Variante. Wenn ihr Eigenheileffekte habt, könnt ihr die einsetzen, bricht den Cast nicht ab. Nochmal darauf zurückzukommen, dass der Cast durchlaufen muss. Der Cast wird unterbrochen, wenn beide Bosse auf den Schiffen down sind, also sprich, wenn ihr zu schnell auf den Schiffen seid. Ja, habt das verkackt. Deswegen macht am besten dann Damage-Stop, kurz bevor die down sind, so bei 5% bei beiden, würde ich raten, denn ihr solltet relativ schnell, nachdem der Cast hier durch ist, hier angekommen sein, denn sobald dieser Lore aus den Tiefen kommt, sollte auch die komplette Mannschaft hier sein, denn man muss bei dem ein bisschen interrupten und sonst wird man nämlich von der Plattform gekickt und dann ist relativ schnell ein Vibe und Feierabend. Das Achievement ist hier eins der schwierigeren in der Instanz, wobei auch nicht krass schwierig, aber naja, die Instanz hat auch relativ reichte Achievements. Vielleicht zur Info, man muss hier auf dem Viereck gegen Platz bleiben, darf nicht in diesem länglichen Teil laufen, wo man hergekommen ist, sondern wirklich in diesem Viereck zwischen diesen Fackeln, sonst bricht der Cast dementsprechend auch ab. Und ihr seht schon, jetzt haben wir hier den Lore aus der Tiefe und ich habe ihn gestunt bei dem ersten Cast, denn die Cast von ihm kann man nicht interrupten, nicht mit Kicks interrupten, sondern nur mit CC-Effekten, heißt mit Stunts, mit einem Desorientieren, mit einem Blinden und solchen Sachen kann man ihn kurz rausnehmen und dementsprechend seine Casts unterbrechen damit. Ja, das ist zum Beispiel das erste Wichtige, was hier in der zweiten Phase relevant ist. Er hat eigentlich nur zwei Fähigkeiten, ja. Einmal so ein Breath, den er raushaut, der muss auf jeden Fall interrupted werden. Hier, da haben wir diesen Hydroschlag, wo das Ding heißt. Und das zweite, was er hat, ist so ein Ransaugen, ja. Die Geschichte ist, man kann mit dem Schurken hier nahezu mit den Kommopunkten Stunts aufbauen, mit Blinden und so, ihm fast alle von seinen Breaths interrupten. Das Problem ist, man hat irgendwann DR, wenn man auch das Ransaugen quasi interruptet. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, hier seht ihr dieses Ransaugen gerade, dass wir das einfach gegenlaufen und mit dem Schurken den kompletten Rest interrupten lassen. Ab und an muss einer zwischen Reihen mal irgendeinen CC setzen, aber wenn ihr einen Schurken habt, könnt ihr ihm quasi das fast selbstständig machen lassen und könnt einfach ganz normal den Kampf weiterspielen. Sollte was durchkommen, solltet ihr ein bisschen aufpassen. Er breathed quasi dann einen Random-Spieler an mit einer, ja, Cleave-Range quasi und kickt ihn dann auf die andere Seite runter von der Plattform und dann stirbt man ja instant. Also da solltet ihr ein bisschen aufpassen. Sollte was durchkommen, vielleicht ein bisschen abspielen, oder wenn ein CC fehlt, sich da dementsprechend absprechen, dass jemand noch reinkickt. Solltet ihr ja keinen Schurken haben, ja, wird das vielleicht eine knackige Angelegenheit für euch. Dann solltet ihr euch vielleicht eine Stun-Rota oder eine CC-Rota überlegen, wie ihr den rausnehmt, weil den Breath zu dodgen ist relativ schwierig. Also das würde ich nicht spielen, ja. Also da würde ich lieber gucken, dass man es immer durch-CC-t. Gut, ja, das ist eigentlich alles Relevante, was ihr wissen müsst. Wie gesagt, ein Spieler am Anfang abstellen, der muss ein bisschen moven und auf keinen Fall die Bosse drüben töten, bevor nicht, ja, hier der Cast durchgelaufen ist. Sonst, ja, wird er abgebrochen und ihr könnt eigentlich resetten, wenn ihr das Achievement machen wollt. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon soweit durch mit dem Achievement. Ihr seht bei mir gerade, da ist es aufgeploppt. Wir haben es jetzt hier nach ein paar Tries, wir mussten ein paar Sachen rausfinden, ja, bekommen. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Erfolg hier, wie ich bei dem Ganzen. Sollte ich euch hier weitergeholfen haben, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.